So, ja, perfekt. Herr Seibel, übrigens hier ist die Kamera. Für alle, die den Mann nicht kennen, das ist der Mann, dessen Namen da hinten sozusagen auf der Wand steht. Ihr Urgroßvater ist es, glaube ich, gewesen, der hat die Schuhfabrik 1886, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, gegründet sozusagen. Und Herr Seibel führt die Schuhfabrik in vierter Generation. Und wissen Sie, was ich ganz besonders beeindruckend finde, ist, mittlerweile bekommt man die Schuhe in 40 Ländern der Erde. Ist das nicht Wahnsinn? Aber das ist schon echt ziemlich cool. Da kann man schon stolz sein, Herr Seibel, oder? Ja, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Aber mit Stolz allein wird es ja nicht, sondern harte Arbeit, gehört jeden Tag dazu. Und das tun wir jetzt seit 132 Jahren. Ich natürlich nicht, aber auch schon 35 Jahre. Und ja, wir haben einen schönen Erfolg. Wir sind inzwischen weltweit vertreten und finden immer mehr glückliche Josef-Seibel-Kunden. Perfekt. Und das ist ein gutes Stichwort, denn glückliche Josef-Seibel-Kunden gehören natürlich auch zu unserem Kundenstamm. Aber unsere Kunden interessieren sich natürlich nur für die ganz großen Schuhe, Herr Seibel. Und da müssen Sie uns mal verraten, was wir im nächsten Jahr in der Frühjahr-Sommer-Kollektion sozusagen, ja, Neues sozusagen haben. Oder altbewährtes, was weiter ausgebaut wird. Altbewährt in dem Fall. Unsere Bestsellergruppe Fiona. Gucken wir mal hier. Ah, okay. Schön in grün und in rot. Zwei tolle Modelle, die bis 45 gehen, die wir seit einigen Saisons in der Kollektion haben. Aber die nach wie vor ganz hervorragend performen und auch inzwischen in den großen Größen zu unseren Highlights gehören. Das kann ich bestätigen für unsere Kundinnen auch. Also dieser Schuh gehört auch bei uns tatsächlich zu den Highlights. Von daher, denke ich, werde ich den auch wieder mitschreiben fürs nächste Jahr, damit unsere Kundinnen da natürlich auch wieder ein paar schicke Schuhe bekommen. Aber auch bei den Herren ist das natürlich so. Josef-Seibel-Schuhe sind dort auch sehr beliebt, aber auch aufgrund der großen Weite natürlich. Weil fast alle Schuhe ja auch in K-Weite gemacht werden. Das ist dann für die Herren mit dem etwas breiteren Fuß natürlich ideal, den Josef-Seibel-Schuhe zu tragen. Und unsere Kunden kennen natürlich mittlerweile auch unseren Vertreter, den Herrn Hink. Das ist ja auch nicht gerade der kleinste Erdenmensch sozusagen. Der testet die Schuhe dann immer alle wahrhaftig live und in Farbe. Und so ist das natürlich auch ein gutes Qualitätskriterium. Wenn Herr Hink die Schuhe tragen kann, dann können Sie die auch tragen. Ja, wir können ja einmal so einen kurzen Blick über die Kollektion werfen. Ich lasse ihn mal eben ganz kurz stehen, Herr Seibel. Ich bin gleich wieder da. So, also Herr Seibel lassen wir mal eben da. Wir gucken mal eben hier so ein bisschen rüber, was es denn auch so im nächsten Jahr dann noch so gibt. Oh Mensch, jetzt kommt die Sonne auch noch von vorne. Ich kriege wieder voll das Gesicht hier abgeblendet. So, ich laufe mal eben hier so ein Stückchen weiter über den Stand. Herr Seibel steht da hinten übrigens immer noch. Das Ganze ist unverschämt, der ist von mir gewesen, ihn einfach so stehen zu lassen. Aber ich hole ihn gleich wieder ab. So, gucken wir mal eben hier ganz kurz noch rein, was es hier noch so alles gibt. Klar, das sind natürlich alle Schuhe, alte Bekannte, die wir hier schon haben. Natürlich diese Reihen. Aber auch da gibt es auch wieder fürs Kommen, die ja ein paar neue modische Highlights. Auch das hier, super Schuh, gibt es für die Damen dann natürlich auch in der kommenden Saison sozusagen bei uns. Ja, was bleibt, wo bin ich, hier bin ich. Was bleibt noch zu sagen? Ja, super Messe, auch Herr Seibel freut sich. So, ich hole ihn jetzt wieder ab. Von daher haben wir immer wieder was reingeguckt. In dem Augenblick sagen wir dann jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Seibel, dass Sie die Zeit genommen haben für uns und unsere Kunden. Und in dem Sinne, wir sehen uns demnächst bei uns im Geschäft mit der neuen Josef Seibel Kollektion. Bis dann. Ciao.